Guter Kaffee ist einfach und umweltfreundlich. Das Kaffeekochen mit der AKK ist wirklich unkompliziert. Nicht nur zu Hause. Nehmen Sie doch einfach mit. Ins Büro, zum Camping, zum Picknick im Park oder ins Ferienhaus. Du benötigst nur Kaffee und heißes Wasser. Die AKK X-Act Brew ist preiswert. Die einmaligen Anschaffungskosten der Kaffeekanne sind alles. Es gibt keine weiteren Verbrauchsmaterialien, keine weiteren Kosten, bis auf den Kaffee selbst. Es ist gar nicht so kompliziert, immer umweltbewusster in unserem täglichen Leben zu handeln. Im Falle der Kaffeezubereitung mit der AKK musst du dafür noch nicht mal mehr Geld ausgeben. Und du wirst mit leckerem Kaffee belohnt. Mit der AKK kochst du Kaffee, ohne dabei Müll zu produzieren. Den Kaffeesatz kannst du am besten im Kompost entsorgen. Er ist der perfekte Dünger für deine Pflanzen. Let's go green! So, Dreschungs, nehmen wir uns Kaffee. Yes, please! Auf jeden Fall! Ciao! Auf jeden Fall! Vielen Dank.